Einen wunderschönen guten Morgen aus der Propokalypse. Ach ja, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt echt einige Tage nicht aufgenommen, weil andere Spiele mittendrin kamen wie Sunkenland, was mich total fasziniert. Ihr habt es bestimmt auf dem Kanal gesehen. Oder auch Starfield kam raus, was noch ein bisschen Zeit braucht, aber ich bin sehr zufrieden. So, beim letzten Mal haben wir hier die Garage aufgemacht. Dann machen wir hier mal zu. Ich wollte mal bei der Fischreuse vorbeigucken, auch wenn das jetzt irgendwie Quatsch ist, weil wir eigentlich gar keine Fische brauchen. So. Aber wir können die zumindest mal austauschen. Einmal rein. Looten. Einmal rein. Looten. Einmal rein. Und looten. Einmal rein. So. Fischreuse sind versorgt. Was haben wir noch dabei? Ich habe mir was zu essen mitgenommen. Hier ein bisschen Hobustu, ein bisschen Jukka-Schmuzi. Na. Bewege er sich. Vitamin habe ich mir mitgenommen. Genau, das haben wir im letzten Mal ja vergessen. Und ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal ans Säckel. Und ich haue den Kram, den ich jetzt hier eigentlich gar nicht brauche. Mache ich mal ans Bike. Das können wir später einsortieren. Da muss ich jetzt nicht zurückfahren. Und wir haben eine weitere Stufe 5 Quest. Äh, verfahren habe ich mich. Es gab mittlerweile mehrere Updates. Ich glaube, 5 Stück hier für die Präpokalypse Mod. Das war eher so Bugfixing und solche Sachen. Also nichts Aufregendes. Es hat sich natürlich einiges geändert. Seit ich jetzt diese Let's Play Reihe angefangen habe, wurde natürlich... Ohi, ohi. Wurde natürlich ein bisschen was geändert. Geht es hier in das Haus rein? Ah. Gut, dann parke ich mal so Richtung Heimat. So. Ähm. Das sehen wir natürlich jetzt nicht, ne? Oh. Okay, gehen wir so rüber. Ah, die haben einen Pool. Wie schick. Schee. Gut. Tier 5 Quest. Ich bin sehr gespannt. Wir checken kurz die Waffen. Nachgeladen. Nachgeladen. Nicht nachgeladen. So. Ach, einen Schuss haben wir abgefeuert. Das ist natürlich übersichtlich. So. Umskillen werden wir machen. Erinnere mich mal dran, dass wenn wir zu Jen gehen, dass wir mal so ein Forgetting-Elixier kaufen. Ich kriege die Tür nicht auf. Mach jetzt auf. So. Den haben wir schon, den Lucky Looter. Ein paar Läppchen. Das war ja auch... Direkt die Zwillinge hier. als Begrüßungskomitee. Den Spiegel habe ich aber auch selten gesehen, oder? Locked. Hier ist auch nichts. Eine Tasche. Jetzt haben wir immer mehr Sachen, die wir gar nicht mehr brauchen. Gerade was Bücher angeht. Wir sind halt schon relativ weit, finde ich. Also von dem... Wir sind halt relativ weit, was die Bücher etc. angeht. Da ist niemand drin. DG. Erschreckt mich doch nicht so. Oh, da haben wir nochmal Bücher, die wir nicht kennen. Moped und... Mechanical Tools. Mechanical Tools Quality 3. Was sind denn Mechanical Tools? Mechanical Tools. Vielleicht die Orga? Kann das sein? Ja. Das war die Orga. Genau. Sehr gut. Äh. Locked. 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 Ist hier was dahinter? Oh. Okay. Nein. Ähm. Hä? Runter wahrscheinlich. Okay. 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 Kommt mal ein Messer. Statt Toilettenpistole ist es jetzt ein Messer. Die geht es nicht raus. Äh. Wenn der Machete ist halt bei den normalen Gegnern... Nein. Relativ easy. Ich meine, es wird halt erst unangenehm, wenn sie rennen. Was ich machen will bei Jen ist auf jeden Fall so ein Vergessen-Elixierer kaufen, damit wir nochmal umleveln können auf Schrotze und MG und so weiter, weil in den Fünfer-Pois... Ähm... Kommt da jemand? Da ist ein Hund draußen. Da kommt jemand. Äh. Das mit der Machete immer seltener möglich ist. Bis jetzt funktioniert es hier überraschenderweise sehr gut, aber ich glaube, das ist auch so ein... relative Billow-Quest, die wir hier haben. Da ist ein Schalter... Ah, das soll mir nur zeigen, dass es da lang geht. I see. So, warte mal. Haben wir hier vorne was übersehen? In dem Raum waren wir noch gar nicht. Aber hier gibt es auch nichts, auch wenn er sehr schön gestaltet ist. Sehr modernes Haus. Äh... Kennen wir schon? Können wir lernen? Können wir lernen? Da haben wir auch das komplett. Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir mal die ganzen Quests rein komplett haben. Das können wir essen. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Und dann schauen wir mal, was wir da nach und nach rauswerfen. Aha. Ne, ich scrappe jetzt alles. Ähm... Lerne ich auch alles. Wir haben so viel Kohle. Die können wir maximal einschmelzen, diese Dukes. Lütsch. Okay. Denk mal, es ist draußen im Pool. Ein Bogenbuch. Ah, da gucken wir gleich mal, wenn ich weiß, was hier vorne war. Da ist auf jeden Fall eine Kiste, das ist gut. Und noch ein paar Bücher. So. Ähm... Hoch oder hier rein? Wir gucken mal. Sieht aus wie so ein Panic Room, oder? Hier. Irgendwie könnte das ein Panic Room sein. Mhm. Wow, hier ist ja voll das Labor. Ich hab doch noch gedacht. Der Stein sieht komisch aus. Äh. Äh. Okay, warte mal. Ich guck jetzt erstmal oben, weil hier sieht's aus, hier geht's auf jeden Fall weiter. Aber wieso... Wo... Wo geht's denn? Sind wir hier runtergekommen? Nee. Oder? Hier sind wir hergekommen. Was sind das hier? Clear und... Eine Clear Quest und die River Supplies finden. Die müssen im Keller sein. Nee, hier sind wir wieder hoch. Okay, alles klar. Okay, dann... Da sind wir hergekommen. Hier, da, durch den Wandschrank. Der stöhnt ja, dass er Durst hat. Da trinken wir doch mal hier so ein Gammelwasser. Ah, hi. Eine Rolltreppe. Wie geil ist das denn bitte? Sehe ich zum ersten Mal. Locked, locked, locked. Da unten ist ja auch voll. Vor allen Dingen hier die Aussicht. Da sind doch irgendwelche... Wir machen mal das Licht. Nee, ich hab das Licht schon aus. Da sind irgendwelche Mutanten in irgendwelchen Testlaboren drin. Wie krass ist das denn bitte? Und eine Rolltreppe. Irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Angst hier. Da ist ein Waffenschrank. Kriegt man den auf? Ist hier irgendwo ein Schalter? Unlocked. Unlocked. Oh. Wow. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, Scrap. Weg. Trinken. Steine weg. Sand weg. Läppchen heben wir auf. Zement. Auch weg. Muss ich hier drum? Nee, komm ich gar nicht. Okay. 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 Merkt man, dass wir die Schrotze gelevelt haben. So ein bisschen, ne? Die Zombies fliegen ordentlich zurück. Ein Cracker Book. Also ich finde, die Rezepte findest du hier im Spiel echt inflationär. Ich finde, ich weiß nicht, ob es noch im Mod-Paket liegt, aber ich finde, dass die, dass die relativ schnell an die Rezepte kommst, die du brauchst. Ah, die Bogenauflage, die weiß ich nicht, aber die geht, glaube ich, nur für den normalen Bogen. Locked. Hier geht's nicht weiter. Hm, die River Supplies sind aber noch ein bisschen entfernt. Nice, Quatsch. Was zu essen? Okay. Da ist irgendwie mir gerade runtergefallen. Habe ich den kompletten Schreibtisch dematerialisiert? Okay, wow. Das habe ich nicht erwartet. Um sich hier durch wahrscheinlich. Jetzt ist zur Ruhe. Ähm, na? Guck mal hier, eine Bogensehne können wir lernen. Die Fallen sind eher langweilig und Toolcrafting haben wir auch noch nicht komplett. Was ist denn das? Was ist denn das? Coffee? Blackstrap Coffee. Genau. Habe ich dabei noch nicht hergestellt. Also, ich glaube, ich glaube, ich werde mich auf die Schrotze konzentrieren. Bin mir noch unsicher, in welche Richtung wir skillen, aber ich glaube, die Machete brauchen wir nicht mehr. Und da dieses Forgetting-Elixier relativ günstig ist, können wir das auch ruhig nutzen. Hi. Das sieht aber nach Arbeit aus. Gehen wir kurz in die Theke. Hallo. Na, ihr seid aber nicht schnell. Da kann ich doch mit der, mit der Machete arbeiten. Spart ein wenig Munition. Ihr bleibt aber liegen, ne? Vielen Dank. So, was haben wir hier? Rezept, äh, Crush, Essen, Scrappen. Naja. Was ist denn das hier eigentlich? Da geht auf jeden Fall ein Seil nach oben. Ja, da müssen wir auch lang. Aha. Rennst du? Du ranntest. Jetzt rannte sie. Nix dahinter. Nein. Nein. Weg. Den Rest lassen wir mal da. Okay. 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 Äh, äh, wait a moment. Ah, da oben. Ich bin nicht wieder zurückgekommen. Wollen die hier rein? Da sind sie. Hi! Da habe ich natürlich eine Tür aufgemacht, die nicht zu dem normalen Weg dazu gehört. So, da ist offen. Also, man wird auf jeden Fall gut mit Essen versorgt hier in dem Poi. So, Scrap. Lesen. Scrap. Äh, essen. Weg, weg. Äh, Läppchen. Auf jeden Fall aufheben. Haben wir gemerkt, dass sie wichtig sind. Genauso wie Papier brauchen wir nämlich für Schrotzenmunition. Ich helfe dir. Wie geil. Die geheime Tür. Und die Böden sehen aus, als hätte jemand frisch gewischt. Aber wir müssen unbedingt bei Munition machen. Ähm, oh. Besser? Was haben wir denn an? Ach ja. Okay. Hätte ich auch nicht erwartet, dass ich mir mal eine bessere Rose finde. So, hier haben wir uns eben durchgearbeitet, ne? Das war der Weg, der in die andere Richtung ging. Und hier liegt noch ein... Hallo, fantastisch. Äh. Moment. Hier bin ich rausgekommen, ne? Das ist der Weg, der abgesperrt ist. Da geht's... Die Wand sieht aber komisch aus, oder? Mit der versetzten Platte. Wo geht's denn hier lang? Nee. Nee. Nee, geht's nirgendswo lang. Ähm. Da raus. Hier lang. Locked. Locked. Also wieder hoch. Ahm. Oh. Ich glaub, ich hab irgendwas ausgelöst. Hallo, Mutti. Na? Na? Da sind sie ja, die River Supplies. Sehr schön. Aha, 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 aha. Oh, nicht Lesestoff. Oh, guck mal hier. Sehr geil. Die Ironbreaker-Mod. Speer interessiert mich mal so überhaupt nicht. Cool. So. Ein Wasserchen. Ein bisschen Kaffeepulver. Ähm. Und ne Dose. So, wo lang? Und ne Dose. Mhm. Mhm, mhm, mhm. 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 Ich denke, ja. Okay. Schrotze in die Hand. Und go. Uhu. Hm. Ich dachte, jetzt geht's hier ab. Hallo? Ah. Wow. Oh. Okay. Oh, da hab ich nicht mit gerechnet. Oh, da hab ich jetzt... Ah, bin ein bisschen verjagt gerade. Boah. Überhaupt nicht mit gerechnet. Ach, Knochen liegen hier rum. Okay. Was war denn das? Stand da ein Fass eben, oder was? Was war denn da so hochexplosiv? Wow. Okay. Oh, nee. Okay. Ich mag die Schrotze. Wir müssen unbedingt die Schrotze ausbauen. Wir werden das machen. Wir werden die... Ähm... Wir werden umskillen. Dann primär auf Schrotze gehen. Komplett ausgebaut. Und... Geht's hier weiter? Ne, ist lockt. Das ist auch nichts, was kaputt geht. Äh, hab ich komplett nachgeladen? Ich hoffe doch. Lockt. Naja, okay. Oh ja, alles klar. Okay. Na, mach auf. Ich find bei den defekten Türen den Fokus zu finden, dass man aufmachen kann, ist manchmal ein bisschen schwierig. da ist ein Licht, da bewegt sich irgendwas. Noch mehr? Jetzt geht mir auch langsam die Munition aus. Also wir haben noch ein bisschen andere Munition, aber... Okay. Wo kommt der denn her? Aus der Decke? Hauptdudraum? Ja, da liegen sie. Ja. Ist hier was am Boden? Ach Mist. Irgendwas leuchtet doch hier grün. Wo kommt das her? Hä? Was leuchtet denn hier grün? Hi. Die Schrotze ist definitiv konsequent, ne? Oh, kein Platz mehr. Äh, ein Beaker, das ist gut. Ein Beaker ist selten. Ähm... 200 wert. Uh, das ist schon echt... Ach egal, komm her. Ähm, Machete-Teile hab ich mit Sicherheit zu Hause. Kann man nicht scrapen? Wusste ich auch noch nicht. Ähm... Was wollte ich rauswerfen? Jucca-Seeds. Das kann raus. Kartoffel hab ich genügend, meine ich. Mais hab ich auch genügend. Blaubeeren eigentlich auch, aber wir... Holz raus. Stein raus. So viel Nonsens hier drin. So, nachgeladen. Ähm... gegessen. Okay. So, wo können wir hinflüchten? Da. Da raus. Okay. Wo kommen die her? Kommen die über die andere Flanke? Ich hör's auf jeden Fall drappeln. Mhm. Da kommt jemand. Ey, lass mich. Level up. Wird mal um andere Munition verwenden, ne? Broken Glass hab ich aufgesammelt. Das war nicht sehr sinnvoll. So, ist aber immer noch nicht fertig. Irgendwo rennen sie noch rum. Da oben. Da oben. Das war der Einzelne, der gefehlt hat. Alles klar, Herr Kommissar. So, das große Looten kann beginnen. Warte, wir müssen jetzt erst noch mal gucken, ob wir noch irgendwas rauswerfen können. Die 30 Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Maismehl brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kaffee nehme ich mal mit. Das können wir noch lernen. Äh... Das hab ich auch wieder aufgesammelt. Ja, das müsste gehen. So. Machen wir. Ah, Lootfest. Das machen wir. Komm, wir machen eine lange Folge. Jetzt schließt das hier noch ab, oder? Wir gucken gleich durch dann. Oh, das wird schon knapp. Okay. Okay, jetzt haben wir es. Einmal leer. Dann haben wir noch hier ein Fass. Und einmal Tresor knacken. Und dann sind wir am Ende einer Folge und haben einen 5er Poi fertig gemacht. Wenn die Kiste dann aufgeht, natürlich. Didi-ding. Ach du Güte. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Die Karte können wir... Achso, die können wir nur nehmen. Zement raus. Gammel habe ich auch genügend zu Hause. Kartoffeln kann ich raushauen. Vier. Okay, langt noch nicht. Den können wir gedroht Scrappen. Papier heben wir auf jeden Fall auf. Machete. Scrappe ich jetzt auch. Davon habe ich, glaube ich, genügend. Was tauchen wir noch raus? Läppchen. Boah, ist das schwierig. Hülsen und Dings. Kann ich auch wieder schmelzen prinzipiell. Machen wir mal so. Jetzt haben wir noch einen Platz frei. Da haben wir noch ein Magazin, was wir lesen können. Und da haben wir die Kiste. Sehr gut. So, das war doch sehr erfolgreich. Ich würde sagen... Wir machen ein bisschen Überlänge. Wir sehen uns dann gleich wieder zum Abgeben bei Jen. Bis gleich. Hallo. Und ich... Dankeschön. Stahlspeer. First A-Kid. Needle. Ich nehme die Crafting Skills. Das ist nicht so toll. So. Wir machen mal ein bisschen den Fasted Clear, würde ich sagen, oder? Das ist schon ganz gut. So, jetzt machen wir die beiden Kisten auf, die wir hier bekommen haben. Was haben wir denn hier bekommen? SMG Auto Turret. Zwei Stück? Das ist ja nice. Wow. SMG Auto Turret und davon zwei. Brauchen die Strom? Sind die mit Strom angeschlossen? Requires Power, ja. Steht ja auch dabei. Gut. Ich habe was für dich. Das, das, das und das. Mehr verkaufe ich dir nicht. Ich habe dir zu danken. Hast du Munition für mich zufällig? Ähm, sieben. High Power. Kaufe ich dir ab. Ähm, normale Munition. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Und die Shotgun, Shotgun, Parts. Nee, hat sie auch nicht. Ansonsten waffentechnisch. Munition von der 9mm. Lever Action finde ich jetzt eher langweilig. Nö. Vielen Dank. Mache ich. Welchen Freund? Ich habe doch keine Freunde. Ich bin der Apoklypse. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir einen in den Fasted Clear, die wir gerade angenommen haben. Und das wird bestimmt lustig. Aber erstmal muss ich mich noch darauf vorbereiten. Ein bisschen Munition brauchen wir noch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hui.